Der Sentinel informiert Beim Bauen, Modernisieren oder Einrichten spielt die gesundheitliche Qualität von Baustoffen eine immer größere Rolle. In den letzten zwölf Jahren haben wir unzählige Projekte mit dem Ziel einer gesundheitlich höheren Qualität erfolgreich begleitet. In Deutschland und im europäischen Ausland. Dadurch hat Sentinel House Institute ein umfangreiches Wissen zu Baustoffen und zur Projektbegleitung angesammelt. Die Sentinel Berater tauschen Wissen und Informationen mit den Bauherren, den Architekten, den Verarbeitern sowie allen am Bau Beteiligten aus. Deshalb wissen wir, welche Produkte wie verarbeitet werden müssen und wie die Baustelle organisiert werden muss, damit am Ende ein gesünderes Gebäude entsteht. All diese Erkenntnisse gehen in unsere Online-Plattform ein. Unsere neutrale und überparteiliche Online-Plattform können Sie sich dabei wie einen digitalen Marktplatz vorstellen. Hier treffen sich die Produkthersteller mit Bauherren, Bauunternehmern, Planern, Vertretern des Baustoffhandels und allen, die an einem gesünderen Gebäude mitwirken. Alles, damit Schadstoffe draußen bleiben. Sentinel House Institute verknüpft in sogenannten Projekträumen das jeweilige Projekt mit allen Produkten und Baubeteiligten. Projektteilnehmer können so jederzeit alle relevanten Informationen zu Produkten einfach über den Computer oder entsprechende Mobilgeräte abrufen. Zudem bieten die Projekträume den Bauherren Lösungen und Leitfäden zu den Themen Wartung, Ausbau, Betrieb und Pflege. Für dauerhaft gesundes Wohnen. Jeder Marktteilnehmer, dessen Produkt unseren Qualitätsmaßstäben und Prüfungen standhält, kann sich hier listen und erfassen lassen. Denn unser gemeinsames Ziel ist klar. Wir alle wollen gesündere Gebäude. Erstens. Untertitelung. BR 2018